Guten Abend. Heute haben wir Hitler in unserem Programm. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich habe ein paar Fragen für dich. Was magst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit möchte ich gerne Singstar und Just Dance machen. Das ist ein Aufbruch von meinem Werktag. Ich bin 100% ich selbst, wenn ich spiele. Im Allgemeinen liebe ich Tanzen und Lied. Und was ist deine Morgenroutine? Erst wasche ich mein Gesicht. Meine Haut muss schön werden. So esse ich Brustuch und so werde ich Kleider anziehen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist grün, weil es mich um Äpfel erinnert und ich mag Äpfel. Was ist dein Liebgericht? Wie gesagt, ich liebe Äpfel. Äben darum liebe ich alles mit Äpfeln. Zum Beispiel Apfelsorte, Apfelkürze und so weiter. Was ist deine Interessen? Katzen natürlich, aber auch Shopping. Ich liebe neue Kleider und bin hübsch angesogen. Es gibt viel Shopping-Möglichkeit in Deutschland. Das lasse ich mir gefallen. Das das wir Knelli. So ein sehr guter Bereich. So ein sehr guter Bereich. Untertitelung des ZDF, 2020